Mhhh Oh super, meine Kutsche ist fast down und ich muss jetzt deine Kutsche noch... Och, am Arsch, ey... so Norden Miao es ist doch ein Witz darf den Scheiß noch mal machen das ist nicht gut das war jetzt scheiße, weil das zieht nämlich richtig Damage ich ich aber sie haben ihn ich 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 das ja verarmt klatsch den Felsen der Klu und er steht auch in der Klinik Bombenausblick war wieder klar aber da wenigstens 100 Prozent Synchronität die Straße keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandrost! Da! So, jetzt hier kriegt man nicht da und ja, muss hier mehr ausdenken führen ich sehe hier Franzose er ist zu gut wie tot erledigt ihn ja, kill den Franzosen bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht rad Knight oder fünf Wochen aus Heuhaft ok so, da schaufe ich doch los 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 der weg, der weg der weg der weg der weg naa ich muss so dass die Brücke ich habe gar nicht gemerkt dass ich da angerannt bin angeschlagen ich kann das geht easy es ist einfacher ja du hast recht mein Lieblings die 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 Okay, two of them, yeah. No! auch durch die gleiche durchgeschlagen da war der Haufen gewesen schade nicht da aber ich habe erstmal die Wurzeln rein die finde ich immer geiler Wurzeln So, okay... Geh doch... Geh doch... So eine Menschenmengen gilt auch als wir stehen. Was da war's da? Komm her! Haben wir jetzt schon 1,5? Ach nee, das wird er ja nicht angezeigt. Oh Gott, empfange ich! Was ist hier geschehen? Ja klar, ja klar, ja klar, ja klar. Okay, Schwefel kann verboten. Okay, okay. Ich kann mal, ich springen. Ich kenne mich jetzt schon auf die Eier. Wo ich diese kleine Homo hingegangen habe. Ich finde, das zählt jetzt mal zu 0,2. Boah, der schreckt durch die ganze Stadt durch. Ich kenne mich. Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwerten. Genau da lang, Getzio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich. Und nicht für dich. Du! Eingesperrt! Oh, was für'n Feigling, Alter! Oh, was für'n Feigling, Alter! Heilen kann. Ach, okay. Das ist schon besser. Oh, das kann ich nicht. Ich brauche jetzt noch zu sehen. Ich brauche jetzt noch zu sehen. Ich brauche jetzt noch zu sehen. So. ach hier ja am Arsch am Arsch Schmiedig Eier, ey. Ich glaube, dass das jetzt zählt. Ja, das ist zählt. Ich bin noch ganz sicher. Doch. Machen wir das ganz zu spät. Jetzt noch mal. Dann wird da erstmal weg gesnackt. Boah, das war jetzt einfach. Jao. hoffentlich gehen jetzt hier lang sie gleich ist die da auch noch wixen komm doch herr du kleiner spaz die jälfte ich bin jetzt ich muss noch fünf machen ich bin wachen mehr glaubt sind und die Kinder nicht nach vorne nicht nach vorne fallen ich bin so jetzt muss ich das Teil noch ein bisschen